Was ist Ihr Lieblingsplatz bei uns im Kreis Düren? Ja, die Voreifel und die Seen und Flüsse, die Ruhr als solches. Was bedeutet der Kreis Düren für Sie? Was verbinden Sie? Ja, die Menschen, die hier leben. Viele verschiedene Facetten, die in der Kommunikation unwahrscheinlich interessant sind. Wenn Sie mal ein Bier oder ein Wein trinken gehen, wo würden Sie das Bierchen oder so ein Wein trinken? Ja, in der Stadt Düren, in der Fußgängerzone, weil da einfach auch mit Menschen wieder in Kontakt zu kommen. Was ist Ihr Lieblingswort im Dürener Platz? Zusammenhale. Was sollte man über die Menschen bei uns an der Ruhr wissen? Ja, das ist... Was sollten die Menschen bei uns aus? Die Vielfalt. Die Vielfalt sowohl kulturell wie auch die einzelnen Wesen in unserer Gesellschaft. Hier finden wir geballt alle Facetten der Gesellschaft wieder. Und das ist halt auf der einen Seite eine Herausforderung, aber auch das Spannende, wo man auch voneinander viel lernen kann. Wie kommen Sie morgens zur Arbeit? Mit dem Auto. Mit dem Auto.